Level Up ab 16 Aber das Guck mal das ist zum Beispiel auch so ne Sache Chat Und das ist auch vollkommen in Ordnung wenn ihr Gaming Booster nicht feiert ne Ich will jetzt auch gar nicht einen auf den machen weil ich hab What the fuck Mein GB Logo ist auseinander gefallen Hä warum Hä der Kleber von denen ist doch voll gut Ich hab mich so erschrocken alter Bro ich hab mich so erschrocken Ich hab mich so erschrocken Ich hab mich so erschrocken Alter What the fuck Hä aber der Kleber ist doch voll stabil von denen immer gewesen Was geht denn ab? Sag jetzt nicht die Kontakte sind kaputt Hä aber die sind alle so lose Was geht denn ab? Läger what the fuck Warum fällt mein Logo auseinander? Da ist einfach die Hälfte abgegangen Na nur die ist so schmutz was das angeht kenne ich selbst so gut Hä ich hatte das nie Äh ich hol mal kurz Kleber Jungs das möchte ich fixen Das muss gefixt werden Wo ist denn hier hab ich nicht noch Kleber? Ich hab eigentlich so einen buffer mäßigen doppelseitigen Klebeband Kleber Der Raum fällt auseinander Ey richtiger Fusch am Bau Jett Dieser andere Fusch am Bau Ich will hier ganz entspannt meine Icon Packs machen Okay Jett ganz wichtig Doppelseitiges Klebeband Und gesunde Ernährung Bro sogar eins ist kaputt gegangen Mies ehrenlos Nooo bitte nicht so viele kaputt Hab ich noch Ersatzteile please no Ich hab noch Ersatzdinger Hoooooo Genius Gamer Blatan hat immer Ersatz Pfeifat Gamer Blatan Okay Jett Bob der Baumeister ist am Start Ja Phil Boa especial Gamer Blatan Pfeifat apr Hamilton Lats V Minister Hey Guten Es gibt nichts Reutigeres als Klebeband abzuziehen, ne? Ey, Bro! Weil das da dran geklebt hat, willst du mich ficken oder? Zweites kaputt. Fick mich. Weil die aneinander kleben. Hör auf. Hör auf, die kleben aneinander. Nein. Nein, mach nicht diesen. Nein. Das klebt so heftig da dran. Bro, ich mach's halt safe kaputt, wenn ich feste zieh, ne? Ich muss mit Gefühl machen. Ey, fuck my life. Kann man das nicht fixen. Mit Klebeband. Funktioniert denn der Kontakt? Geht das? Geht doch rein. Was ist denn los? Ha! Ja, aber Digga, das sieht scheiße aus. Ey! Oha. Das ist halt leicht demoliert. Das muss ich dann irgendwann mal austauschen. Einfach ganzer Keller fällt auseinander. Der Mann hat das Herz am rechten Fleck. So just ride and get high. I been like a mama, love me on the bus side. Yeah, so just ride with me tonight. Creeping in the night, rider on the street lights. No, would you pick up, call off that nigga. Need you with my sister, come on that kind of fiction. No, would you pick up, be called on that dicker. Need you with my sister, come on that kind of fiction. Oh, Junge, auf sowas hatte ich jetzt gar keinen Bock. Ich wollte einfach Icon Packs machen auf entspannt. Jetzt muss ich hier mein Zimmer fixen, Alter. Was ist denn da schon wieder passiert? Digga, es ist einfach random runtergefallen. Das B von meinem Schild ist kaputt. Wenn du richtig willst. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich habe eine Bier getrunken. Chat, ich bin ehrlich enttäuscht. Also ich dachte wenigstens, das GB-Schild in diesem Raum ist unzerstörbar. Aber anscheinend auch nicht. Jawohl, Chat, wir machen Fortschritte. Wir sind drin, Junge. Oh, Chat, wir sind zurück. Nein, was machst du? Ich habe irgendwo draufgedrückt. Jetzt macht er solche Sachen hier. So pulsieren. Aha. Da siehst du halt eigentlich, dass der Kleber ultra sick ist. Dann fällt es von der Wand ab, Alter. Hätte ich auch nicht gedacht, dass mein Zimmer mal auseinander fällt und ich bin nicht mal dran schuld. Unglaublich. Würde mich nicht wundern, wenn ein Haus zusammenbricht. Mich wundert auch gar nichts mehr. Also jetzt bin ich an dem Punkt angekommen. Ich glaube, hier war ganz viel Fusch am Bau. Dachte, Neubausiedlung. Altbau. Ganz klarer Fall von Altbau. Rollen, Chat, ich bin auf dem Bild. Aber wie es aussieht, worken die fast alle noch. Also ich glaube, es ist keins so wirklich kaputt. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das Trikot ist damals auch von selbst runtergefallen. Ja, damit hat alles angefangen. Aber weißt du, wild, dass es auch wie so eine Kennreaktion war, dass alle direkt zusammengefallen sind. Schon krass. Ich brauche nur noch zwei, ne? Und ich habe noch zwei funktionierende Chats. Ich glaube, ich mache das Kaputte wieder raus. Das triggert mich. Wenn, dann machen wir es einmal richtig. Das sind aber alle nicht mehr fest, ne? Das ist schon krass, Alter. Was ist denn da los? Geh doch rein, Olu. Hallo. Guten Tag. Hier ist die Polizei. Geh doch rein. Olu. 2 1 1 2 Bis zum nächsten Mal. der war kaputt ach da oben hängt noch ein Pimmel drin mein Gott ach Chat ist nicht leicht das Leben als Utaubler ist nicht leicht ihr seht immer nur die schönen Seiten hier seht ihr auch mal ungefiltert die Schattenseiten eines Utaublers aber ihr seht hier ein Utaubler in freier Wildbahn der Mann packt noch selber an der sieht die Probleme und er packt sie am Zopf und bei euch so wie läuft's erzählt mal ey das ist halt ehrlich kritisch wenn mein Kleber ist fast alle guck dir das mal an das ist wirklich ganz ganz schwierig guck mal wenn jetzt gleich beim letzten Ding der Kleber leer ist fang ich an zu holen also Chat eins müssen wir mal festhalten in meinen Streams ist es ungewöhnlich häufig der Fall dass ich meinen Keller wieder zusammenflicken muss das ist nicht gut geh doch rein ey ey let me in please lass mich doch mal rein was ist für ne Wichse ich hab aber auch kein Fingerspitzengefühl ich bin ich bin zu grob ja reingeflutschter Dinge geil alter ich bin auf nem verdammt guten Weg ich bin auf nem verdammt guten Weg Junge ich hab ein ganz großes Problem das ist der letzte Kontakt den ich hab um die Dinger zu verbinden Halt's Maul bitte nicht bitte nicht bitte nicht tu mir das nicht an tu mir das nicht an please no ich muss hier irgendwo noch einen rumfliegen haben Halt's Maul ey nein 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 tu mir das jetzt nicht an beim letzten bitte nicht Digga ich bin gebrochen wenn das wirklich der letzte ist den ich hab ey nein 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 HAAA NEIN der ist fest der ist fest der ist fest bei dem Ding nein 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 HAAA der ist auch ey der ist auch fest wollen die mich verarschen der ist auch fest den kann man auch nicht rausziehen Halt dein Maul Halt dein verficktes Schandmaul NIE NIE MALS Digga das ist die letzte Chance Chat das ist die letzte Chance da sind Festmachklebepäckchen drin da sind NEIN NIE JAAA 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 Deutschland ist Weltmeister ganz unten ist eins drin Junge Deutschland ist Weltmeister Junge bin ich geil HAA schön Ist das schön. Junge, ganz unten drin in der Box. Ganz wichtig, Jet. Und diesmal wird alles besser. Wenn es jetzt nicht geht und noch ein Kontakt kaputt ist, dann rufe ich bei Nanoleafs an und erkläre denen den dritten Weltkrieg. Dann kriegen die es mit ganz Herne zu tun. Mit meinem Döner-Mann, mit H-Studio Bono, meinen türkischen Bres und mit der gesamten Alban-Armee, die ich auftreiben kann. Jet, Konzentration. Konzentration. Das ist das letzte Teil. Konzentration jetzt bitte. Ruhig. Ruhig. Ich brauche, ich brauche davon zwei Stück, um den letzten zu connecten. Ich brauche zwei. No way, no way. Ich bin gebrochen. Ich bin gebrochen. Ich bin gebrochen. Ruhig. 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 Ich bin ein Mann. Ein ziemlich kleiner Mann. 1,73 Meter. Manchmal muss ich meinen Ausweis zeigen, wenn ich Energydrinks ab 16 kaufen möchte. Ist ein anderes Thema. Ich bin ein Mann. Ich habe eine Mission. Ein Mann. Eine Mission. Dieses scheiß Ding zum Laufen zu bekommen. Die Hater haben mich ausgelacht. Die haben sich an mich geglaubt. Ich habe an mich geglaubt. Bitte lass einfach funktionieren, Mann. Ich möchte mich mit Chips vollfressen. Ich möchte Pfeife rauchen. Ich möchte Prime R9 aus dem Icon SBC Pack ziehen. Okay, komm. Bitte. Bitte. Ich brauche eben eine Musik. Epic Music. Copyright free. Ruhig. Epic Music. Ruhig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warum ist es unten weiß? Das möchte ich wissen. Warum ist der untere Teil Blau-Chat? Ich muss es wissen. Wie resettet man sowas? Wie geht sowas? Digga, wie hässlich ist denn die Farbe Gelb? Ah! Mach alles aus! Ich habe genau das falsche rausgezogen! Jetzt ist das andere auch weiß! Ich komme an meine Grenzen! Man, Technik ist so schwer! Ach komm, Bruder! Ach komm! Ach komm! Das muss jetzt nicht sein! Das muss nicht sein! Meiner Meinung nach! Das ist nicht von Nöten hier! Ah! Okay! Ja! 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 Ruhig! 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 Pisschen! Es passiert nichts! Passiert nichts Passiert gar nichts Interessant Sehr interessant Ich hab es komplett ausgemacht Und wieder angemacht, Ensa Ich hab alles gemacht, Digga Soll ich meinen Schwanz rausholen, damit die Scheiße hier funktioniert Oder was? Was ist das denn? Digga, ich will hier keine Fahrstuhlmusik No Copyright Action Music Nein, es ist wieder Warum ist denn wieder nur die hellste Blauzicke, Nöme, Mannicronium, Alter Was ist das? Ich hab doch gar nichts gemacht Gar nichts Gar nichts hab ich gemacht Ich habe eine Bier Ey, was ist das Problem? Sag mir, was dein Problem ist, hä? Was hab ich dir getan? Was meine Mutter, Alter Ich hab ne Idee Weil ich schlau bin Weil ich schlau bin Ruhig Alle ruhig Keiner redet Keiner redet Alle ruhig Ich hab ne Mission Ah Oh, es gibt meinen Finger geflitscht Ah Tot Egal Am Ende der Schlacht werden die Toten gezählt Lau Oh 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 Untertitelung. BR 2018 Let's blow, let's blow! Let's blow! Bitte blau, ihr Scheißdinger, werdet bitte blau. Warum bist du weiß? Werde blau. Werd blau. Nicht weiß bleiben, du wirst blau. Du wirst blau. Warum bleibt dieses eine Scheißdreckspanel weiß? Werd blau. Danke. Fein. Ein Feini. Ein Feini. Chad, wir sind auf einem verdammt guten Weg. Wenn der jetzt auch wieder blau wird, sind wir auf dem Baba-Weg. Chad, auf so einem guten Weg waren wir lange nicht mehr. Es fehlen drei Panels. Drei Panels. Das Scheißteil muss blau werden. Werd bitte blau. Komm. Komm, bitte. Werd doch bitte blau, du Scheißteil. Bitte. Meinst du, das fällt auf, wenn ich einfach zwei Stück vom hinteren Sofa wegnehme? Fällt das auf? Fällt das auf? Hinter dem Sofa? Nee, oder? Kann ich auch da. Kann ich auch da. Das ist die 120. Minute. Die Nanoleafs haben ein super Spiel gemacht. Die Nanoleafs haben mich über 90 Minuten lang dominiert. 90 plus 1, glückliches Tor für uns. Die Nanoleafs sind mit 2 zu 1 in Führung. Aber die Herner Krakens eben nicht auf. Die Herner Krakens trotzen allen Widrigkeiten. Die Herner Krakens sind Krakens. Ich möchte, dass ihr ruhig seid. Das ist ganz schön beschissen. Ruhig. Die Herner Krakens sind Krakens. Die Herner Krakens ist Krakens. Die Herner Krakens. Die Herner Krakens. Untertitelung. BR 2018 Was ist meine Mutter? Was ist meine Mutter? Was ist meine Mutter? Was ist meine Mutter? Es passt nicht Hä, ist was da einfach? Hä? Was ist das mit dem F***? Hä? Halt deinen Kuppelstand. Kann sein. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Also das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Es passt einfach nicht. Das ist ja fisch. Das ist jetzt nicht wahr. Oh! Oh! Das ist jetzt nicht wahr. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin der dünnste Mensch, der einen skippt. Warum habe ich denn jetzt auf einmal wieder einen übrig? Was ist das denn? Ich habe auf einmal wieder einen Kontakt übrig. Hä? Hä? Egal. Wie findet ihr die Frisur? Geil, oder? Der, also der, egal. Ich mach mir jetzt rein schon. Ich seh zu, wie ich mir einfach... ... ... ... ... Warum passt diese Ficke nicht? Also das geht mir gerade auf die Scheiße. Warum passt das nicht? Das macht keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Ich schwanz in mein Arsch. 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 Ich schwanz in mein Arsch.